Moshii Moshii und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wir sind auf dem Weg zu Humankind, weil Humankind hat ein Problem und zwar mit Humankind aus dem Paralleluniversum. Und da gehen wir jetzt hin und versuchen ihm zu helfen. Was wir auch wahrscheinlich hinbekommen werden. Hierher Mietz, Mietz, Mietz! Hierher Muschis! Gut, dass du da bist! Hier drüben! Okay, ich bin gespannt. Im Hinterhof. Im Hinterhof, okay. Bin wieder da! Kümmerst du dich bitte um ihn? Schau, Kyle, da ist das fiese Kind, das mich verprügelt hat! Ja, oh nein, haltet ihn auf! Keine Sorge, Kyle! Ich habe diese Supersensoren entwickelt, mit denen es für uns fast unmöglich ist, verprügelt zu werden! Ich muss mich raushalten! Mach bitte! Bitte, dass er abhaut! Bereit für dein Ende, fieses Mobbing-Kind? Ach guck mal, er muss sich raushalten! Deswegen kriegen wir jetzt... Warte mal, haben wir noch jemand anderes außer Stan? Äh, außer Super Craig? Der ist gesperrt. Wir können Blitzfreak oder Moskito nehmen. Ähm... Ja, wir bleiben bei Super Craig. Super Craig finde ich eigentlich ganz nett. Diese Barriere ist wie das Rote Meer und im Moses kommt ihr hier nicht durch! Ich soll jetzt angreifen, ja? Ach Gott, Kyle! Bitte, was? Hoppla! Ich dachte, ich verfehle dich! Super Craig. Super Craig. Ich hab genug vor dem Kack! Kaboom! Schurken! Zittert's vor Kuhn in France! Platz für den Kuhn! Verbrechen zahlt sich wohl doch nicht aus! Ich weiß, dass ich's vermasseln werde, aber gut! Das war nicht zu fest, oder? Ich will niemanden schlimm verletzen! Los geht's, Furzlord! Okay, Furzlord... Das stellt sich jetzt hier hinten hin... ...und... ...ruft Moses! Ja... Was für eine schwarze Rutenmagier sind das? Derweil in der Ruhmeshalle der allerbesten Freunde! Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein! Muaah! 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 Die Pflicht ruft! Cool! Oh! Oh! Warte auf! Tucker Smash! Versuch nicht, das mal auszuweichen! Okay, los geht's! Ich will ein Schild auf Born... ...und das Born ist nie... Wir können den schon mal an... Stell das auf, Goodster Grab! Uh! Ich kratzt im Hals, als wäre ein Hustel und Sponbon! Kuhn am Start! Weißt du nicht, dass mal auf fremder Leute Krallen nicht fluten soll? Ulti-bereit! Uh! Ah! Halt unseren Freunden in Ruhe, du Fiesling! Hau rein, neuer! Ulti... Ulti... Wollen sie was spielen? Nein, freut mich nicht. Wir wollen das leben! Ich mag mein Gozüm! Ich will kein anderes Land geben! Ich bin voll toll! Oh Gott, das Gebrechen hat mir doch gefehlt! Mach Fritz für Diabetes! Ja, wir wollen eben fett einen in die Frise! Schein zu früh! Meine Schulter tut noch weh! Ich hab mich beim Luftballonfall verletzt! Braucht jemand ne Faust in die Fresse? Ach Scheiße, der ist im Weg! Okay, Craig, stellst du dich jetzt da hin und weinst. Jetzt wirst du zerfetzt! Aber der kann das Brenterriff machen, ja. Nicht so feste, ich krieg leichte Dauelflecken! Hornlich? Diese trockte Kälte skifft über die Nebenhöhlen! Ja, und doch, jetzt reicht's aber! Oh! Okay, okay, jetzt reicht's! Das habt ihr jetzt davon! Jetzt wird Humankind seinen hebräischen Glauben nutzen, um die Macht des Windes! Anzurufen! Hickmei Schickinger! Müge die Kraft des Windes bei den Drachen in die Lippen! Ah, er hat sich losgerissen! Oh nein, mein Drachen hängt in den Baumkusen, Kyle! Dann gib auf! Keine Sorge, Superkumpelkusen! Ich hab vielleicht keinen Drachen mehr! Aber ich hab noch meine Superwaffe! Tante Sheila! Diese Kinder ärgern mich! Was, was, was? Oh oh! Wer ärgert dich hier? Wer seid ihr denn? Ich ruf jetzt eure Mütter an! Auf sich, Tante Sheila! Hihi! H affect her! Und war mega krass! Wie geil! Alter, das ist meine Mom! Hört mal alle auf! Wir treiben es zu weit! Scheiß drauf! Diese Burschen müssen bei Manieren lernen! Ihr wagt es euch, auf meinem Grund und Boden mit meiner Verwandtschaft anzulegen und schlag ich tot! Mom, beruhige dich! Ich trete eure verfickten Ärsche bis nach Kanada! Streng dich mal an, Alter! Es gibt kein Entkommen von Ketten Diabetes! Kass man die Schlampe, die Schlampe spieg komplett! Ich hoffe, das hat nicht zu sehr wehgetan! Doch, schon! Pass gut auf jetzt! Nein! Den lass mal vorbeigehen! Das hat mich nicht schon wiederkippt! Haha, verkackt! Also los! Super Quake! Bubele weg! Scheiße gelaufen, Neuer! Augen zu, Kinder! Der Kuhn macht jetzt ein paar nicht-jugendfreie Sachen! Der Kuhn kann jetzt eigentlich... Ha-ha! Oh, verkackt! Das ist super uncool, Leute! Kass machen die Schlampe, ich kümmere mich um die Mistgröten! Alter, der kommt jetzt zweimal dran! Du miesestück kalt! Auf dem Höhepunkt seiner Furze reißt! Oha! Alter! Wie machst du jetzt voll aus? Nicht, dass dein hübsches Kostüm zerreißt, Super Quake! Nicht, dass dein hübsches Kostüm zerreißt, Super Quake! Wach auf, Super Quake! Bleib bei der Sache! Hohne sie bereit! Ketten Diabetes mischt wieder mit! Das ist alles blockiert... Okay, dann macht der... Vier... Und benutzt... Wir haben keinen Wiederbeleber mehr! Ach, du Scheiße! Ach, du Kacke! Sind die ganzen Ballons von dir, Bubele? Ja, aber jetzt meldet sich mein Ast bei! Ich fühl mich verschleibt und schwindelig! Bubele! Fuck! Ja! Mach doch mal auf, Craig! Sicher doch! Ich bin dran! So, Quake-Ulti... Ja, das sieht gut aus! Habo! Ja, wir wissen, dass du total schwul bist! Nimmst du das jetzt hier mal ernst, Super Quake? Eher nicht! Wer will verstümmelt werden? Warum haben wir kein Beleber mehr? Das ist eine Kacke! Wir schaffen das trotzdem! Was sonst, Diabetes? Alle ist dreimal dran? Ah! Ah! Jetzt sind wir wohl auf uns gestellt! Nenn mich nicht so! Oh, Kacke! Wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden! Oh, Kacke! Ach! Du bist sowas von tot! Käpt'n an Deck! Ja, gib ihm! Mach Platz für dir, bitte! Zack! Steh auf! Wir haben sie ohne dich besiegt! Du kannst aufwachen! Wir haben gewonnen! Breidel der Rache! Maximale Jersey-DNA! Oh! Mom! Alles okay? Ganz toll, Jungs! Kyle, geh und ruf die Polizei! Die sollen diese Kinder verhaften! Nein, nicht Mom! Keine Polizei! Das ist alles meine Schuld! Was? Weißt du, ich habe es nicht ertragen, dass mein Cousin mir dauernd alles nachmacht! Humankeit geht es ums Menschenretten, nicht um das Judentum! Schaut euch mal an, was ihr angerichtet habt! Ich sollte deine Freunde alle anzeigen! Und da, mein Drachen hält den Baum! Tut mir leid! Bitte, ich mach's wieder gut! Du wirst deinen Cousin ab sofort mitspielen lassen! Ist das klar, junger Mann? Hey Kyle, Tante Sheila sagt, ich darf bei euch mitspielen! Ja, manchmal darfst du mit uns spielen! Yippie! Und jetzt holst du einen Drachen aus dem Baum! Vorher wird nicht weitergespielt, verstanden? Komm, wir tun dir Desinfektionsmittel drauf! Ich hasse handelsübliche Desinfektionsmittel! Vom Nidukain kriege ich immer Eczeme! Oh, jetzt kommt das... Ach, Kacke! Wie kriegen wir den da runter? Ah! Übereinstimmung! Oh, hey! Klasse Idee! Ach, muss ich jetzt da unten hinstehen? Furzkuh? Läuft! Oder... Bitte nicht! Achso, halt, ich muss F drücken, nicht Leertaste. Ja! Ich nenne es Furzkuh! Wenn du hohe Orte erreichen musst, ruf mich und mit Furzkuh schaffen wir es hinauf! Hoffentlich müssen wir das nie in der Öffentlichkeit machen! Jetzt können wir auf jeden Fall viel erledigen! Wie oft haben wir so eine blöde Windel gesehen? Das brennt jetzt vielleicht kurz, Bubbele! Au, soll das so kribbelt heute... So... Mein Hals. Gesperrt? Warum? Hab ich irgendwas verpasst? Hätt ich mit ihm reden sollen? Achso, warte mal. Ich hab ja den Drachen jetzt. Hier, den Drachen. Oh, Autsch, Autsch! Oh, der superaggressive Superheld! Ich bin nicht superaggressiv. Okay, ich vergebe dir. Sag, ich übertreibe aus dem alternativen Universum! Jäh! Kai Schwarz! Schwarz! Kann ich von der jetzt an? Oh, nochmal! Ich bin wohl beliebt heute! Nein, nicht du! Wolltest du die Mama haben? Oh, okay! Ich mach ein Foto, aber nur wenn es schnell geht! Tja! Hoppala, falsche Taste! Oh, okay! Ich mach ein Foto, aber nur wenn es schnell geht! So! Juhu! Jetzt ist es proff, laufst! Hab ich da im Hintergrund ruckt? Okay, jetzt lass mich die Wunde weiter behandeln! Okay, kann ich jetzt gehen? Ich muss wieder wütend werden, okay? Okay, hier waren wir schon, okay. Hey, Viertklässler! Komm, spiel mit uns Großen! Bwa! Uuuh! Hier, Pussy Pussy! Au! Kampfvorteil! Ich will nicht mit... Ich will Super Quake austauschen durch Summe Cut! Los geht's! So, ja. Zwei sind eingewildert. Mega gut. So. Nein, ich erwischt nur ein. Aber wenn ich hier hingebe, wisch ich zwei. Au! Rundeausch, haut alles raus! Nehmt eure Medizin, Zwerge! Bleh! Ich hab zur Zeit einen Haufen Stress! Den werde ich an dir abbauen! Schnauze, will ich nicht. Haha, verkackt! Ich hab ein gutes Gefühl bei der Sache. So. Hier kommt der Kuhn! Dem Kuhn gefällt das! Dem Kuhn gefällt das! Mir auch! Für Viertklässler seid ihr echt sehr erbrocken! Wo müssen wir jetzt ran? Extra für dich! Extra für dich! Ich werde dich besiegen! So. Das geht nicht. Wir müssen auch schon rammen! Bam! Giebe im Namen der Gerechtigkeit! Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Ja, erstmal in einer Ballonpfiff. Bleh! Es ist keine Zeit! Es ist keine Zeit! Und wir machen den hier kaputt! Piu, piu! Bleib lieber liegen! 79, ey! Du schaffst das! Stark! So, wenn man den jetzt machen will! Pipp, wo der Arsch! Da kriegt nur noch einer! War der jetzt vor? Du siehst ziemlich im Arsch aus! Der ist jetzt auch ziemlich im Arsch! Und los! Das könnte brennen! Nimm das, Bitch! Nimm das, Bitch! Für Gerechtigkeit und jeden, der sich mit mir abgibt! Das war ja easy! Und wir haben das neue Artefakt noch gleich ergibt, ne? Und die neue DNA noch nicht. Müssen wir jetzt machen. Äh, zack. Nein, halt. Tab. Artefakte! Also, wo ist das neue? Hier. Äh... Äh... Hier. Äh... Ein waffenfähiger Kreisel, der... Blop, 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 blop! Ähm, ich habe jetzt auch überlegt, dadurch, dass wir eher auf Dings gehen, sollten wir vielleicht... ...Statuseffekte hochpushen. Und wir haben die Alien-Sonde, die nehmen wir jetzt wieder. Mal gucken hier, wir könnten nochmal die Alien-Sonde nehmen. Oh, du, es gibt noch Statuseffekte, das gibt uns auch 20. Aber da geht die Macht runter, ne? Naja, okay, dann nehmen wir nochmal die Alien-Sonde. Okay, hier haben wir. Wir haben noch eine DNA. Hier. Ein unbestelltes Schieler-Serum, das ideal ist, um deine Verbindung zu führen, bringt allerdings mit den Jersey-Lebensweise-Fahnen-Gesundheits-Biegel mit sich. Wir verlieren Gesundheit, kriegen mehr Muskeln, mehr Mumm. Ne, wir bleiben bei. Bei dem hier. Yo. Yo, so machen wir das. Ich und mein Besor. Wobt. Okay. Dann laufen wir jetzt mal nach links und halten nach Windmühlen Ausschau. Weil, die können wir jetzt benutzen. Und die komischen... Das hier auch. So. Ruf deinen kleinen Freund Scott, damit er für dich sauschwere Sachen wie das hier umwirft. Er hilft dir gern. Übereinstimmungen. Ich bin der stärkste Superdiabetiker der Welt. Jetzt geht's ab. Ich hab meine Pflicht getan. Nun muss ich gehen. So, wir haben hier mal ein Bild. Und da haben wir... Koloss anzu. Koloss Fäuste. Koloss Gesicht. Okay. Das haben wir hier alles schon gelootet, ja? Okay. Nice. Kenner der jungen Lieben. Da ist gesperrt. Da ist gesperrt. Jetzt gucken wir mal hier rein. Irgendwo war doch das... Auch mit dem Unbeer... Hier zum Beispiel. Zack. Übereinstimmung. Mit dem Pokémon. Okay, packen wir es an! Ja... Ja, bitte. Wie läuft das denn Fallbeermann? Zieh weiter, tapferer Krieger. Wir werden uns wiedersehen. So, dann machen wir hier noch. Yo. Yo. Haha, und jetzt müssen wir ein Tee machen. Hihihi. Schlimmer als mein Vater. Alter, ich hab's voll drauf. Supernova-Kostüm. Supernova-Handschuhe. Was sind wir hier? So. So, wir gucken uns mal die Kostüme an. Das ist hässlich. Käfermasken. Hals. Sponover. Käfer. Koloss. Ich muss alles hässlich. So, Hals. Alles hässlich. Aber wir haben noch mehr. Koloss haben wir noch angeguckt. Hände. Au. Okay. Nee. Nee, ich find uns grad so am schönsten, ey. Tut mir echt leid. Nein. Nichts mal, ist es echt. So. So, langsam aber sicher mal den Dreh raus, ey. Läuft richtig gut. Jetzt gucken wir mal noch ein bisschen, dass wir die Windmöglichkeiten machen. Kommt mir vor, als würde ich schon drei Jahre auf diesen Bus warten. Okay. Ach, guck mal, hier ist auch was. Hier ist auch was. Hier ist auch was. Du musstest immer den Verbindungen ausgerüstet haben. Zieh weiter, Tappara-Krieger. Wir werden uns wiedersehen. Dann find' ich das gar nicht schlecht. Ach, genau. Warte mal. Hier war irgendwo ne Tasche. Ach, hier. So hast, musst du nicht immer ein Gewissen ausgerüstet haben. Sturmanzug, Sturmanzug. Muss du nicht immer den Rufen ausgerüstet haben. Sondern kannst du halt immer dem rufen, den du gerade brauchst. Finde ich gar nicht schlecht gemacht. Muss ich zugestehen. Ein bisschen. Hier. Guck mal. Jetzt können wir den wieder holen. Weil den brauchen wir jetzt gleich. Ich würde ja eigentlich von der anderen Seite umwerfen. Höchter etwa! Diabetes? Jetzt geht's ab! Bis denn! Ach guck mal, der kann man bewegen. So. Zack. Und zack. Jihau! Flöte der Prophezei... Oh, Artefakt. Oh, gutes Artefakt. Oh, oberes Artefakt. Flöte der Prophezeiung. Plus Crit. Plus ganz viel Zeug. Anziehen! Gib ihm. Das ist mega gut. Mega gut. Okay. Hier drin ist nichts. Nichts, was ich sehe. Mit dem können wir nur noch nichts machen, ne? Ich bin da doch nicht freigestellt. Wir Mädchen können alles machen, was wir wollen. Und im Moment wollen wir eine schicke Schneebitz. Eine schicke Schneebitz. Du hast deine starke Schneefrau an was? Typisch. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Eine schicke Schneefrau an was? Eine schicke Schneebitz. So. Und wo haben wir denn noch irgendwas? Ah, hier drin. Oder? Ach, guck mal. Hier haben wir so ein Bild. Ah, warte. Zack. Drei von acht. War hier irgendwas? Hier könnten wir... Ah, das mit dem Rohr haben wir auch noch nicht freigeschalten. Stimmt. Stimmt. Das mit dem Rohr kommt auch noch. Das heißt, wir haben noch zwei Sachen, die wir freischalten müssen. Gut to know. Da kann man auch noch nichts machen, ne? Irgendwie nicht. Irgendwie nicht. So. Ich meine jetzt eigentlich gerade in der Schule war das mit dem Windrad, ne? Müssen wir gerade mal gucken. Das sieht gelootet aus, oder? Nein. Wo auch? Hier ist nämlich die Schule. Und in der Schule gab es nämlich noch ein Windrad. Meine Eltern haben letzte Nacht zu viel getrunken. So lustig. Oh, na halt. Falsch hier. Bitte gelootet. Okay. Es ist so behindert. Neo-Konikon... Kon-no-mi-kon. Oh Gott. Ist aber schlechter. Da können wir, da können wir ein Bild auffängen. So, was haben wir hier noch? Lass den Kack! Das noch ein Bild. Nein. Okay. Und Fortkur. Frosco. Startbereit! Das hast du wirklich drauf. Abflucht! So geil. So, haben wir hier noch irgendein... Gehen wir hier jetzt nochmal durch? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Haben wir hier irgendwas gehabt? Hm. Eigentlich nicht. Hier war doch Mr. Garrison, ne? Ja, der kann uns ja auch immer ausschlecken. Wir sind geschlechtlos und damit passt er. Hier war ja auch nichts. Hier gehen wir da... Wir wollen sich dann nicht so lang mit unwichtigem Zeug aufhalten. Aber man muss ja auch... Ich hab auch irgendwie das Bedürfnis, irgendwelche Sachen zu finden. Okay, hier kommen wir immer noch nicht durch. No Cops. No Cops. Ach, guck mal! Uuuuuh. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert jetzt. Kommen wir jetzt doch durch? Das ist ein Klack für Käpt'n Diabetes. Glaube ich ja. Hör! Diabetes-Schmetterschlag! Bis denn! Sorry. Wir kommen doch durch. Wo kommen wir da hin? Oh, es ist so aufregend. Ich kann doch... Kalbsrollen. Das ist jetzt so ein blöder Frosch. Was können wir hier machen? Das ist so aufregend. Oh, Mensch. Ach, wirklich. Dieser Selbstjustizler ist kein gutes Vorbild für die Jugend. Halt die Fresse. Hoppala! Vorsicht! Na, du kleiner Unruhestifter? Siehst fesch aus heute. Nicht nur heute. Sieht immer fesch aus. Klebern, rostige Spritze. Oh, oh. Drogenfläschchen. Noch ein Drogenfläschchen. Fuck, da ist Lava. Nein, das können wir nicht hinhängen, das Lava. Yay, noch ein Bild. Okay. Hier müssen wir irgendwann mal hin, wenn die Lava weg ist. Wer ist Geralt? Wer ist Geralt? Wir müssen unbedingt mal wissen, wer... Wie heißt der Typ? Ähm... Doch, Inventar. Versuch, seine Spur zu verwischen, versteckt. Geralt sollte wissen, was damit zu tun ist. Wer ist Geralt? Ich würde... Oh, anderer Weg. Guten. Halt vor Laune nachdenken, aus Versehen, anderen Weg genommen. Mega gut. Wer will über Chinesen essen? Hier steht Keep Out. Dann gehen wir da mal rein, wo Keep Out steht, wa? Gesperrt. Okay, das ist wohl noch gesperrt. Schade. Dann gehen wir mal zu dem besoffenen Chinesen. Octo-Penetrator-Rezept. Wo hat sich diese Scheiß-Kassen verkrochen? Oh. Das hört sich irgendwie gut an. Halt. Crafting. Opti-Penetrator. Beschafft weitere Zutaten. Hm. Ich schau aber schlechter. Ist gleich. So. Dann müssen wir jetzt erst mal das Ding hier umwerfen. Alter, die haben 160? Ach du. Geh, Mietz, Mietz. Komm, Mietzi. Mietz, 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 Mietz. Ich verlass mich auf dich. Zeig ihnen, wer der Boss ist. Jetzt wird's lustig. Oh, cool. Das ist ein bisschen mehr als nur ein Kratzer. Euch Platz zu machen fällt unter Anti-Adgressions-Therapie. Okay. Das landet auf meinen Schuhen. Ich bin jetzt dran. Wen soll ich quälen? Ich wähle dich. Ich bin jetzt dran. Ich bin jetzt dran. Das ist der Kuh, Mann. Ich bin dran. So. Mit dem Power of the Freeze. Eigentlich dem hier. So, der Schock. Was? Hoffentlich wird Diabetes nie geheilt. Vierklässler versöhlen. Geile Sache. Nicht gucken, ihr Schwachtel. Alles gut. Dann kommt Human Kite. Laut Wetterbericht. Hagel Schläge. Human Kite mal. Was ist das dem jetzt? Au. Was für eine hübsche Landshow. Das packst du schon. Ha. G, G. Die Gerechtigkeit. Sehr gut. Warum ist der eingebiedert? Das ist für Scrimbles, ihr Bastarde. Haha, wir können den Killen. Noch ein Feind fällt durch die Macht von Kuhn & Friends. Nein. Ich möchte nicht, dass du das machen. Köpfen. Hä, verkackt. Hihi. Was ist der dran? Ach doch. Aber der hat ja noch viel. Alles cool. Nicht übel, aber Diabetes ist fäll. Ich köpfen Diabetes ist kampfbereit. Und ich hau dem jetzt erstmal fett eine vor die Ömer. Ein gründliches Fisting. Ich bin dran. Okay. Und Piu Piu. Piu Piu. Noch ein Gegner am Boden. Das ist noch vertretbar, oder? Ach, sie fertig, Saftsack. Hä? Ach, da lebt noch einer. Okay. Junge. Piu. Piu. BAM. Gute Nacht. Das war ein Kinderspiel. Ja, fand ich auch. You has won. 16 voller Spukebälle. 63. Zoomaufstieg. Stufe 5. Noch ein großer Platz. Ja. Das machen wir noch kurz. Wir setzen noch kurz ein Artefakt ein. Irgendwann so einen großen Platz. Und zwar setzen wir das Neoconicum. Und damit sind wir bei 218. Und damit sind wir bei... Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euch noch einen schönen Tag. Schönen Mittag. Schönen Morgen. Schönen Abend. Schöne Nacht. Schönen... Schönen Thanksgiving. Schönes Weihnachten. Schönes Silvester. Je nachdem, was gerade bei euch ist. Diese Neberitas ist... Gerne Äpfel. Tschau.